hallöchen leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von doom und ja sind es schon in diese ruinen im ende der welt und welche sieht alles chaotisch aus und zerstörer aus wir sind in den vorrunden ja mal sehen ok was sie wollen die sagen ich muss die letzte folge welche hier rauskommt muss ich nach produzieren weil eben ich ja die letzte aufnahme rona gedruckt ist die spiel ich weiß nicht wieso hat es einfach geschlossen komplett und er an meine aufnahme war am arsch also muss ich versuche das nach produzieren also ich versuche als später noch mal von diesem moment wo war diese vorletzte folge bis diese letzte folge zu machen was ist bis jetzt passiert aber leider also kann schon lehrt hat dass die kenne ich war hin würde im was im bis mit den doppelschrottfländer um dich vier sekunden lange bewegen zu zu können du kannst im bis tüten oder verschonen erreichen sie ziel und bevor die zeit abläuft ok im bis was ist eben bis im bros ach so so scheiße dann stellen wir nochmal ach scheiße ich muss mich durchkämpfen allah schon die die mission sind immer schwieriger also nein das kann nicht sein ich muss glaube ich einmal springen zweimal springen einmal springen also so witzend schauen wir mal wie schließen wir diese prüfung ab scheiße du bist so eine boah ist schon besser gelaufen scheiße danach konnte ich mich nicht mehr bewegen das war schatten beschützt so stück für stück wir sind besser nachdem Scheiße! habe ich vorher nicht getroffen oder was also nicht daumen läuft wahrscheinlich fast am ende da bist du weg das war kein mehr was? was? was sollst du sagen? was sollst du es jetzt machen? Scheiße dann nehmen und super bevor er nachladet das ist schon schwer du musst One-Shot machen um zu D treffen hmm ja ich muss nur drüben springen boah verlassen wir diese Scheiße auch ne Scheiße ich habe keine ahnung was für die nächste Mission wird aber immer schlimmer sage ich ich kann dir ein bisschen weniger gestern hatte ich so einen bock nur wegen einer folge bin ich wahrscheinlich noch so down das muss noch mal die folge wiederholen so genau oh naja stimmt ich möchte nie wenn das muss oh what what habe ich eine verpasst ach hier ist noch einer vielleicht das ist die okay aber hier habe ich schon eine verpasst komm drauf so okay wo war das? äh wie wir nach oben benzin kann ich da will ich nicht entschuldige ich habe wieder waffe der waffe aber bazooka nehmen wir wettbewerb ok soll ich da hingehen dem mache ich gar nichts oh das war mieser combo joe dachten wir jetzt schon aber die wut wut wo wie ne ehh ja gut also da joe jetzt bist du dort ich hab kein leben mehr ja gut so oh dafür danke so wo gehen wir jetzt hin wow ach du was ich ich nehme diese und bin sofort tot nice alter ja feld kackern die run ok okay gut gut äh du hoch so so also also die machen uns gar nichts das ist schon gut wahrscheinlich machen wir das auf der dann wird die was uns mal also die ist op den hat mit seinen schutz her weg geholt oder so okay ich habe keinen bock auf das spielchen auf euer spielchen ohne scheiß ich mache kurz und knackig ohne scheiß ich mache kurz und knackig ohne scheiß ich mache kurz und knackig ohne scheiß das war also habe ich schon genommen gut weil vorher war das nicht so feierlich ey wow wow juhu die bewege sie immer noch nicht ok finde ich cool äh runter oben oben unter nach unten ok ich ja du lebst doch ja ja du bist brave verrecker endlich ah also ich habe gedacht die machen einschuldwissen die wow wow das ist mein spielzeug hm das ist mein spielzeug die ich habe die 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 ach du scheiße was habe ich gemacht und schauen habe ich alles gesammelt jetzt schaue ich gott sei dank ja aber das war okay das brauchen ist nicht so wichtig theoretisch aber da oben waren wir noch nicht okay vielleicht kommen wir gleich rüber weil sicher ist noch rüstung wo ist die nächste ok was denn hier ja da hast du bekommen deine starke ja und verarschen blut ja ich sauge deine ganze energie ja genau oh tschüss mit dir ja ok muni fleur und wir werden damit ok der ist mehr effektiver ich will irgendwie schritte aber ja gut weiß ich nicht was ist das auch richtung richtung ich habe so richtung weißt du was ist mies ich komme zu dir und hier kommt ein monster leck mich am fett ich leck mich ok alter ja ja danke endlich friss ein herz ja ja da soll er sein so ein bisschen leben leben haben wir immer noch maximum da ist die bensin braucht wir nicht wir haben vorher eine ganz ganz zeit unten gekämpft war war ich habe ein bisschen hektisch heftig und hektisch ok ok da und da ist bei der richtigen wege hier ja wo ist oh haben wir was äh ok ah karte also ab hier wird die karte sofort gespeichert sozusagen also ja so wie aktualisiert jetzt auch genau das diese wurde besucht hat teleport ok moment da muss wir nicht hin ja ist nice was ist der gestert durch die feuer der hölle blieb sein eiserner wille auch in dem übergang stark der die schwachen verführt denn nur er war der hellwalker der entfesselte jäger der nach vergeltung suchte überall im schatten im licht im feuer im eis am anfang und am ende und er jagte die sklaven des schicksals mit unglaublicher grausamkeit denn er überschritt die kluft wie vor ihm nur die dämonen es vermochten ok lämonen näher klingt ich nicht so gut an oh richtung genau ich glaube den haben wir gebraucht diese richtung das sind wir das sind wir ich glaube wir gehen wirklich in diese richtung und wir nicht sollen denn aber scheiß drauf also warte waren wir also gefällt uns eine rüstung ein diese boards genau ich habe den botzen lange nicht gesehen sage ich euch das kommt noch später war ja ein bisschen karten haben ja gehen wir nach oben oben und gut nicht die selbe naja das geht hier gehen wir zurück ok gut schön und gut äh leben haben wir voll ja voll energie dann gehen wir hier nach oben dann gehen wir hier nach oben äh ok oh und hier jetzt noch irgendwas werde wahrscheinlich wichtiges aber machen wir diese nächste runde suche nach vernichten suchen nach vernichten ok ich werde schon so spät so viel ich bin leck mir den arsch da lesbien machen wir so spät derzeit leck mir den arsch ich merke überhaupt nicht wann ist das vorbei oh jetzt mit stummgewehr dann ich werde mit den einem schweren stummgewehr drei höhere retter und führe sie den tot von oben ach ne ok tot von oben wie soll das stellen ja toll spring runter beste idee zu bestehen und bestehen und denn die 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 und lol ich hab nix oder soll die kleine ledigen meine Idee alter schwelle alte schwelle ohne scheiß das ist schon heftig nur ich weiß nicht ganz genau wie das funktioniert dort von oben glauben muss ich von nein wir super haben mich erledigt startet ein briefung geschickt also Juuu, super, keine Zeit mehr, Alter, dann muss ich diesen Tritt machen oder was? Ich bin da ein Zehaut, ich bin da ein Zehaut, ich bin da ein Zehaut. So. Muni ist leer. Super. Oh nice. Okay. So muss ich hoch springen und dann F ab ihm. Scheiße. Da ist das. Okay. Okay. Einmal habe ich es geschafft. Aber Muni habe ich nicht mehr. So Leute ich werde sagen das war das war's und wir sehen uns nächste Folge. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.